Das Wort Ballade stammt aus dem italienischen Ballatta und bedeutete ursprünglich das Tanzlied. Es geht heute um den Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Wir haben festgestellt, dass im ersten Vers ein Kreuzrein wiederzufinden ist. A, B, A, B, C. Seine Wort und Werke, D, Merk ich und D, Tu ich Wunder auch. Jonas? Jonas, was ist so witzig? Nichts, nichts, nichts. Der Zauberlehrling. Worum geht es? Wir haben gesagt, es geht ums Aufbegehren. Musik 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 Beherrschung und Wissenschaft Hallo? Ruhr? Was ist denn hier los? Musik Frau Dordewitsch, worauf warten Sie? Heute ist Unterricht im Kino. Nein, 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 das gibst du mir mal lieber. Kommen Sie! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020